Hallo zusammen. Kommt doch alle mal hierüber und machen jetzt Kasperlitheater. La Ceremonie! In diesem lustigen Kasperlspiel machen Sie mit. Sophie, ein Hausmeidchen. John, eine Champagne-ungattliche Postangestellte. Catherine Lolièvre, eine reiche Frau. Philipp de Pap. Ihr Gespusi, ein Kulturaustäuschler. Melinda Lolièvre, das schlussige Töchterchen von Catherine, eine Sinologie-Studentin. De Gilles Lolièvre, ihre Brüder. Und De Gonglang. Ein junger Mann aus dem chinesischen Orkland mit besten Aufstiegschancen. Neu hell. So, mir macht eine Angst. Achtung, fertig, los. Ich war einer der Kuratoren der Kultur-Exchange-Programme mit dem Titel La Ceremonie. Ich würde gerne Sie in ein paar von den Pläten, die ich in der Nacht ging. I often wonder at what point of the evening I could have decided differently decided not to go to this ceremony there's a boat waiting towards the lake this boat is for you I'm gonna go to this and I can't wait the only one Wir haben schon ein großes Projekt, die Schweizer und Chinese-Chinaik-Culturelle Explorations, vorhin schon abgehauen. Ich bin dumm! Zum Glück habt ihr sie gern! Haben wir jetzt die Chinesen? Nein! Ich war von Anfang an dagegen sie hier einzustellen. Ich habe mich frei geschlagen. Ich werde sie auch nicht mehr diskutieren. Film! Und nur wenn wir wissen, dass wir alle Puppets sind, und wer unsere Stringen zieht, können wir die Puppets stoppen. Es geht nicht um China. Feucht sie! Du musst aufbauen, die Oper-Hausen, und setzen sich den выбüren, und schweig die Puppets ab und schweig sie zu! Untertitelung des Untertitelung des Untertitelung des Untertitelungsbedrug . Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020